Julian bin ich. Julian bist du. Schön, schön. Was sollen wir heute spielen? Lava. Kingpong haben wir. No volcano haben wir. No volcano? Ja, da steht drauf. No touch. No. No. Geh auf volcano. Da kommt Lava raus und da fällt immer in das Wasser rein. Dann schauen wir uns das mal an, oder? Das wird weich steil. Wow. So viele Fächer. Hier. Und hier ist das so eine Folie. Das mach ich mal auf. Schnell. Ja. Schmeißt man die hier durch? Machst du das mal bitte raus hier. Au ja, die fällt. Geh durch. Ich glaube so, oder? Dann können wir uns da reinfallen. Ja, dann kann ich eben in eine Seite. Und in die Huyi. Ja. Ja. Dann haben wir auch geholfen. Dann müssen wir uns hier reinbauen. Da sind zwei. Hallo, bin du ja der doofe Arbeiter. Das ist da. Ach so, das ist für zwei Spieler. Das ist dann hier zu. Aha, ich verstehe. Das ist doch. Ja. Ja, so geht das Spiel. Ich... Das war hier falsch. Gibt. Gibt einem mehr den weißen Ball. Guck mal diesen Schuh. Schau mal an. Okay, pass mal auf. Ganz einfach. Das ist so doofe. Wie ist denn... Guck mal, ab acht Jahren. Wow. Ab acht? Bist du schon, oder? Nee, du bist ja schon 13. Du? Ich bin schon... Ich will schon 10. Du bist nur klein, ne? Du bist nur klein, ne? Gut, wie stark ist man denn hier eigentlich? Ich bin gar nicht klein. Ich teste mal kurz. Ich weiß was. Guck mal, wie man... So. Du kannst die entweder oben rein schwerfen. Guck, jetzt kommt das bei mir raus. Ja. Oder, oder man kann es... Das kann dich auch sehen. Und fällt in meinen Seiten. Ja. Oder hier so von der Seite. Aber, guck mal. Hier. Der muss einmal auf den Tisch aufkommen. Und dann da ins Loch rein. Zeig, versuch. Oh, hat nicht geklappt. Oh ja. Das kommt doch immer bei mir raus. Das ist ja Quatsch. Das ist ja schwierig. Guck, jetzt wäre das bei dir. Ja. Alternativ? Ja. Oben rein. Geht auch. Wie stehst du? Ganz einfach. Also jeder hat fünf Bälle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab fünf Bälle. Du hast auch fünf? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist ganz einfach. Guck mal. Hier. Der muss aber vorher auf dem Tisch landen, ne? So. Guck. Da ist er drin. Jetzt zu dir. Haha. Und meine? Ja. Du musst jetzt immer mit einer Hand. Ja. Das ist mal daneben. Guck. Du musst ja hier einfach. Ganz riesig machen. Ja. Ja. Tja. Jetzt sind zwei Schuhe. Kannst du das für mich machen? Nein. Ich gewinne ja. Der Gewinner kriegt ein Eis. Was? Eis? Ja. Aber der verloren hat, der kriegt auch Eis. Ich glaub nicht. Doch. Oh, das ist so schwierig. Wenn du die gewonnen hast, der kriegt sauer Eis. Ja, guck mal. Was ist los mit dir? Mach doch einfach die anderen, wenn die runterfallen. Die Alu gehen mal. Nein. Kann auch, Tommy. Du musst deine Augen aufheben. Okay. Dann spüren wir das ja gar nicht mehr. Hast du das auch gemacht? Nö. Jetzt machen wir erst mal zu Ende hier. Und du wirst hier auch nicht. Ey. Du hast gemogelt. Ja, nein. Komm, heb das mal bitte auf. Du musst deine Bälle aufheben. Und ich meine. Hebe auf. Oh. Ha. Du musst eins aufheben. Du musst schneller gehen. Du musst schneller gehen. Du musst schneller gehen. Du musst schneller gehen. Hey. Fester auf den Tisch einfach werfen. Nö. 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 Halt die besser für dich. Ha. Gewonnen. Gar nicht gewonnen. Ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Glaube ich nicht. Doch. Echt? Ich hab gewonnen. Na gut. Wer noch ganz viele hat, der hat gewonnen. Ja, schönes Spiel, oder? Ja. Okay, komm. Huval! Hel就 saht müssen wir jetzt diesen Punkt gehen. Du hast sondern wie einen Grad Poker. Dann fangen wir mit mir an.